Junge, die Farm. Da seh ich mich. Einfach die Farm. Farm Gaming. Einfach die Farm von Fortnite gleich. Franzi Fields. Jawoll. Okay, jetzt krieg ich mal einen Gegenstand. Die Botlane gewinnt immer. Vor allem die Map ist so richtig langweilig. Ist doch gut. Das ist meine Lieblingsmap. Hä, wie einfach? Du musst ja einfach nur springen, dann bist du ja schon da. Ja, deswegen. Die Map ist immer langweilig. Was ist das denn? Okay. Ja. Er macht da genau Zentimeterarbeit. Gedreht aber. Barrel auch noch. Du musst einfach nur springen jetzt. Ist ja... Hä? Hä? Was? Hä, aber was hat mich denn weggeholt? Ja, das Holzding. Was war das denn? Digga, das ist Lukas noch geschafft. Was hätt sonst sein sollen? Ja, das Holzding halt. Hä? Hä? Jetzt geht's. Er macht da unten. Er hat da unten dieses... Das bringt einfach gar nichts. Erstmal analysieren den Lachs. Ja wunderbar. Ich hab's kurz gespürt so in dem Moment. Na was? Na was? Na was? Na was? Hä? Fand ich jetzt überhaupt nicht schwer. Was ist das denn? Da kommt so ein Kommentar. Jun. Wie nice. So nice. Tja, Junge, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir so Easy Mode aktiviert. Jetzt stimmt ja der Flo einmal nicht. Das ist ja jetzt viel zu leicht. Oh. Hä? Hä? Worst gar nicht, dass der kaputt geht kann. Ich wusste gar nicht, dass der kaputt geht kann, der Stein. Oooo! Das war jetzt aber einfach. Die Partybox. Oh schwarzes Loch auch nochmal so Stacheldraht. Schade. Oh, mach ich mir einfach gar nix. Ja, unser Weg ist so, ja wir machen einen Weg, der so übelst wie sie ist und dann machen wir ihn so. Warum ist die so schräg, hä? Die ist hingefallen. Ja, die ist gut. Die ist hingefallen. Ja, okay, das ist komplett unmöglich. Ja, okay doch, so ist es schaffbar. Ja, hä? Ja, so ist es auf jeden Fall schaffbar. Überhaupt nicht. So Leute, ich zeig euch jetzt mal, wie es geht. Können wir da ran sterben, wenn das Ding kommt? Junge, richtig gut. Junge, wie schnell haut die denn? Ich dachte, die macht erstmal noch so ein bisschen so wicke wicke. Was, als ob? Als ob? Nein! Was war das? Junge, wie ist ein Domini da gestorben? Was war das denn? Einfach in so diesen Haken da ran. Ey, wie Müll. Dreimal Falle, ja klar, ich gewinn einmal. Oh Leute, ich zeig euch jetzt mal, wie es geht. Ich baue jetzt mal eine Treppe auf. Immer die Bombe. Was macht ihr denn jetzt da? Ja, wow. Jetzt ist es ja unmöglich. Mach den so gerade hin. Ja, so. Aber an die Treppe. An den Anfang von der Treppe. Wie einfach so? Junge. Ja, hä? Ja, okay. Jetzt ist es unmöglich. Jetzt ist es unmöglich. Wie kann man so doof sein? Jetzt ist easy. Hä, man kann es schon schaffen, oder? Nee, gar nicht. Oder doch, kann man es schaffen. Warte. Mach mal. Mach ich jetzt. Au. Oh. Ja, easy. Hast du dir nicht gesehen, oder was? Jetzt der Flo einmal. Ja, wunderbar, da bin ich auch gestorben. Im schwarzen Hole. Jetzt bist du im Dynamit raus und dann geht es wieder. Ja, man, guck mal, wir sind immer so eine Pimmelpistole an. Jetzt geht es ab. Pimmelpistole. Und warum denn das wegmachen? Ja, weil das andere ist besser. Nee, der Weg ist doch geiler. Nee, der ist so. Hä? Hä, geil. Ja, wenn du jetzt kackst bist für den Weg. Wir haben einfach ultimative Stadtwerkeversorgung da oben, ey. Was ist denn das? Das kann man einfach gar nicht schaffen. Das ist einfach unmöglich. Es ist so unmöglich. Es ist so unmöglich. Holy shit. Das ist die einfachste Map, die ist so easy. Ja, er schafft es halt einfach. So stuck an dem Scheiß da. Dieses Pendeln, also ich kann das Pendeln nicht. Ja, dieses Pendelteil ist so, ey. Das fackt mich so ab. Pendeltag krieg ich immer Trap einfach. Tür. Die Tür. Hier. Einfach aus Monster, ey. Siehst du, der geht in eine Richtung. Siehst du, der geht rum. Der geht doch in eine Richtung. Jetzt fährt er runter. Ja, jetzt ist es unmöglich. Ich glaube, jetzt ist es wirklich unmöglich. Nee, du musst nur durch die Tür kommen. Dann ist es easy. Oh mein Gott. Schade. Du musst das perfekte Timing erwarten. Ja, Tür. Nein. Mann, ey. Das ist eine Scheiß-Tür, ey. Das ist eine Scheiß-Tür, ey. Das ist eine Scheiß-Tür. Die will einfach nicht aufgehen. Der Klo bringt dich einfach rum. Du schaffst es eh nicht. Chill, 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 warte jetzt. Kannst du jetzt auch noch so 10 Minuten bleiben. Oh, Speedrun? Ah, okay. Schade. Mann, dieser Scheiß-Propeller, Alter. Du hast das Propeller-Ding dahin gemacht. Diese Tür geht an. Wer hat denn die Tür dahin gemacht? Ja, die Tür ist ja geil. Die Tür, das geht ja. Aber dein Propeller hat es so unmöglich gemacht. Jetzt macht dieses Magnet-Ding nochmal. Ja, dann sehen wir dann, was der macht. Hä? Der Hennig hat so einen Easy-Exit angemacht. Irgendwie muss man es ja mal schaffen. Es gab keine Bombe für diesen Propeller. Im Safe irgendjemand wird es eh nicht schocken. Ich wahrscheinlich. Doch, war aber knapp. Zu einfach. Jetzt ist es zu einfach. Direkt wieder alles zugekleistet. Einfach überall. Irgendwo was hinhauen. Einfach. Doch, das geht. Einfach irgendwo was hinbauen. Ja, ne, super. Aber Domi sagt so, das geht. Ich muss noch ein bisschen was versuchen. Ja, der ist ja weggebucht. Oh Mann. Oh, Zauberer der Zeit, ey. Die Pflanze hindert mich nicht, wenn ich mich... Ja! So wie... Einfach stehen geblieben. Ich dachte, die macht nichts. Aber er hat sich so nicht mal gedruckt. Er ist erscheinend einfach nur da. Irgendwo was ein Dreck. Noch. Diese eine Blumen braucht er, die da so eingequetscht ist. Einfach. Hier, die am Ziel einfach. Einfach alles so geschitten hier. Du kommst einfach gar nicht mehr durch. Du kommst einfach nirgends. Du kommst einfach nirgends. Es geht doch echt jetzt gar nicht mehr. Dann springen sie jetzt 100, oder? Du kommst einfach nirgends. Hey. Achso, Joe. Joe, man kann ja überlegen noch springen. True, true. Du kommst einfach nirgends mehr durch, ey. So, ich zeig euch jetzt wie. Okay, mach mal. Ja, da kommt noch so Schüsse runter. Ja, als ob. Vielleicht echt easy. Ja, toll. Ja, Dobi nimmt natürlich den schwierigen Weg. Ja, was ist denn der einfache Weg? Ja, der von Luca. Der ist ja richtig easy. Ja, da wo Luca lang geht. Der ist doch nicht easy. Der ist ja schon bei diesen beiden Puffdingern. Das ist viel leichter. Ja, Luca steht noch am schwarzen Loch oder so. Hoffentlich. Luca kann auch nicht so gut Skateboard fahren. Nee. Scheiße. Schon wieder letzter Eil so'n Dreck. Boah, ich musste man echt jetzt machen, dass man hier so bei der Puckseite lang muss. Irgendwie. Weil das andere ist ja auch erwärmlich. Ja, dass man wirklich bei der Puckseite lang muss. Ja, ich glaube jetzt muss man auf jeden Fall bei der Puckseite lang. Warum? Ach so. Ja, toll. Direkt taunt. Scheiße, ey. Tolle Wurst, ey. Nein. Oh mein Gott. Jetzt wollen wir uns die Pflanze schlägt dann auch in diesem Spot. Ja, ja, ja. Ja, jetzt ist unmöglich, sag ich ganz ehrlich. Ja, okay. Ne, ich glaub sogar nicht. Doch, doch. Ich war schon. Ja, aber das ist so one in a million. Junge, diese Kreissäge kommt auch noch in die Zunge. Es ist so unmöglich. Diese Kreissäge dreht sich, die Pflanze ist da, der Flammenwerfer, die zwei Dinger. Es ist einfach überhaupt nicht möglich. Die Kreissäge dreht sich. Die Kreissäge dreht sich. Da unten dreht sich das Ding hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das ist so. Mein Gehirn. Mein Gehirn dreht sich. Ja, dann machen wir halt hier das weg. Nein. Muss du anstrengen? Ja, mach doch. Das ist doch wieder jetzt platziert. Niedertes... Hä? Was ist das denn? Hä? Wie dumm? Das dreht sich. Das dreht sich. Das dreht sich. Alles dreht sich. Mein Kopf dreht sich auch, ey. Ja, das ist ja... Ja, jetzt geht's ab. Super tolles Gameplay. Ja, toll. Achso. Alter, yo. Digga. Ja. Was ist denn da los? Ah! Der Mann checkt auch so gar nichts mehr. Ne. Du kommst dir wirklich gar nicht mehr klar. Das ist komplett schwierig. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall nicht die Route. Höh! Ah! Schade. Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh, scheiße! Ja, verdient. Wie lange hab ich noch Zeit? Tommy! Tommy! Tommy immer noch! Wie lange hab ich noch Zeit? Wie lange hab ich noch Zeit? Wie lange hab ich noch Zeit? Ja, mach mal. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt noch mal drehen. Du musst so außen rum. Du musst runter. Ja, ja. Warte, das schaffe ich jetzt. Ja, wie dumm! Oh mein Gott! Wie kann so boosted sein? Oh mein Gott! Wie kann so boosted sein? Wie der Gehirn kurz ausgeschaltet? Ey, wie viel Zeit hab ich? Wie viel Zeit hab ich? Was war das denn? Wie viel Zeit hab ich? Wie viel Zeit hab ich? Einfach unendlich! Junge, das war wild, ey! Du bist soooge, das war wild!